Hallo zusammen, ich bin Renato, Konstrukteur im dritten Lehrjahr hier in der WKG in Beretschwil. Kommen Sie doch mit, ich zeige Ihnen meinen Arbeitsplatz. Ich habe den Beruf Konstrukteur gewählt, weil mich das kreative Denken in Kombination mit dem technischen Zusammenhang interessiert. Das Arbeiten am Computer und das Konstruieren im CD-Programm macht mir einfach Spass. Zu meinen Arbeiten als Konstrukteur gehört das Zeichnen und Ändern von Fertigungszeichnungen. Dazu kommt das Erstellen von Kundenzeichnungen. Da stelle ich unsere Ventile und unsere Messzeiger nach Anforderungen und Wünschen des Kunden zusammen. Neben der Arbeit in der Konstruktionsabteilung besucht unser Konstrukteurlehrling im ersten halben Jahr einen Grundkurs im Ausbildungszentrum in Uster. Zudem absolvierst du im Verlauf deiner Lehre ein Verstandpraktikum und lernst die anderen Abteilungen und den Fertigungsprozess kennen. Dadurch verstaust du die Zusammenhänge von Fertigung bis Montage besser und kannst so deine Konstruktionsweise optimieren. Du hast Filme mit den unterschiedlichen Abteilungen zu tun und stehst in ständiger Zusammenarbeit. Da bei uns in der WK erwartet dich ein offenes und familiäres Arbeitsklima. So, jetzt weisst du ein bisschen mehr über Konstrukteurlehre bei uns in der WK. Ich hoffe, ich habe dich neugierig gemacht. Wenn ja, würden wir uns über deine Bewerbung freuen. So, jetzt two war wieder.